Und willkommen zurück bei Let's Play A Walk In The Dark. Ich habe es jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier auf die Steuerung klarkomme. Wie ging das denn nochmal? Moment. Controls. Jump ist V, crouch ist 10. Ah, okay, okay. Jump ist V, crouch ist 10. Huah. Ach du Scheiße. Wo soll das denn gehen? Ah, okay, ich glaube ich weiß. Oder auch nicht. Au, voll rein. Gut, also aufpassen. Oh, das war auch wieder sehr schlau. Ja, ich bin nicht viel geschickter geworden seit dem letzten Mal. Wahrscheinlich noch eher im Gegenteil. Aber wir probieren es aus, nicht wahr? Jo. Ach, Mann. Ich bin so doof. Das ist einfach zu hoch für mich, das Spiel. Nein, kriegen wir hin. Krieg ich hin? Krieg ich hin? Ah! Ach, Mann. Das gibt es doch nicht. Wie komme ich denn da dran vorbei? Oh, geil. Müsste ja schon fast egal sein, ob jetzt hier lang oder... Oh, das gibt es nicht. Kann ich auch mittendrin so umdrehen? Warte. Ich teste das mal eng. Ne. Okay, ich kann also nicht im Flug nochmal auf springen drücken, um dann umzudrehen. Jetzt wird auch noch mein PC laut, weil der Lüfter nicht mehr so ganz der fitteste ist. Ach ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ja, was kann ich euch sonst erzählen? Es ist Karfreitag. Ich habe frei. Ich habe nichts zu tun. Das Wetter draußen ist bewölkt. Zwar schön bewölkt, aber kalt. Es ist so verdammt kalt. Ich friere mir hier so den Allerwertesten ab. Das glaubt ihr gar nicht. Du hell. Das gibt es doch nicht. Das ist doch hier irgendwie. Ich traue mich nicht weiter. Jetzt bloß auf die eine Kanone aufpassen. Ja. Level komplette. Shiny Catcher. Yay, 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 yay. Next Level. The House. Ah, wir sind wieder die Katze. Ach, ich spiele gerne die Katze. Oh. Die Katze wird nur nicht, glaube ich, so gern von mir gespielt. Ach du Scheiße. Okay. Boah, ist das eine Herausforderung, dann mal andersrum zu denken hier. Ach du Scheiße. Yay. Nein. Nochmal für Form, weil es so schön war. Huch. Ist das eigentlich eine Nacktkatze oder warum ist die so drahtig? Muss ja schon fast, ne? Aua. So niedrig. Muss ja schon fast. Also ich habe zwei Kurzhaarkatzen und die sehen nicht so drahtig aus. Und das liegt nicht daran, weil ich sie zu viel füttere. Nein, nein. Daran liegt es nicht. Boah. Jawoll. Shiny Catcher. So, ich versuche jetzt mal nicht zu sterben. Hahaha. Ich nehme alles wieder zurück. Ach du Schande. Ja. Das hat gut geklappt. Nämlich gar nicht. Ach du Schande. Wie soll ich das denn machen? Hä? Keine Ahnung. Hä? Ich muss da ja irgendwie drüber. Hä? Oh, es kann sich nur um Jahre handeln. Aber die Wolken sehen auch so cool aus, wenn die sich ja nicht auch auflöst. Ah, es gibt es nicht. Oh Gott, ja. Scheiß auf Shiny Catcher. Scheiß auf Shiny Catcher. Ah. Ich wollte den Shiny haben. Den Shiny. Ach Gott, das ist hier frisch. Hier wird doch nisch. Ach man, niedrig. Da muss man echt geschickt für sein. Puh. Auszeit. Selbe nochmal im Grün. Oh, es gibt es eben jetzt wieder am Anfang. Oh, alles auf Anfang. Alles auf Anfang. Ja, was soll ich euch sonst erzählen? Bei Geschicklichkeitsspielen ist das immer so schwierig, nebenbei noch irgendwas zu erzählen. Da ich ja ohne zu erzählen schon nicht so wirklich weit komme. Ja, guck. Weder das eine noch das andere. Egal. Ja, wie gesagt. Es ist Karfreitag. Ich främe mir den Bubz ab. Wow. Das waren die richtig. Ich habe gerade noch überlegt, was hat sie nochmal mit diesen sich auflösenden, mit diesen bunten Dingern auf sich. Oh, scheiße. Der wird da nisch. Kriege ich den denn wohl? Überlistet. Oh, okay. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Mann, irgendwie bin ich zu doof. Ich will immer zu diesem shiny Ding hin. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich... Ach. Dass ich mich jetzt nicht auf dieses shiny Ding da fixiere. Aber irgendwie bin ich auch zu doof dafür gerade. Ah, ich habe eine Idee. Oh Mann, diese blöde Stachelfieh. Das geht mir aber auch auf den Keks. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Das ist halt immer genau unter mir. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Keine Ahnung. Irgendwann werde ich es rauskriegen. Ah, sehr gut. Ach du Scheiße. Oh. Dieses verkehrt herumdenken, das ist ziemlich tricky. Okay. Nein. Plöp. Immer voll in die Stacheln. Aber wenigstens habe ich jetzt einigermaßen rausgelegt an dieses Ding drankommen. Also wenn man ein Level immer ein paar Mal gemacht hat, irgendwann hat man es auch raus. Aber ich bin halt leider nicht... Ich habe leider nicht so den Skill, dass ich es immer direkt schaffe. Ach du Schande. Ah. Na toll. Okay, zu hoch. Okay, zu niedrig. Was soll ich das denn machen? Keine Ahnung. Ich muss mal irgendwas gucken. Kann ich auch erst ein Stück runterrutschen? Ja, okay. Das wollte ich ja nur wissen. Ach. Das hat doch nicht geklappt jetzt. Au. Selbstmord. Von mir gespielt zu werden ist Selbstmord. Ja. Nein. Es ist ungerecht. Das Leben ist hart und ungerecht. Uah. Okay. Muss ich jetzt drüber? Uah. Ach du Schande. Uah. Na geiler Scheiß. Soll ich das denn machen? Ja. Och Mann. Kann ich da nicht wenigstens auf halber Strecke weitermachen? Na gut, das klappt ja schon mal jetzt, ne? Ah. Sprach sie und krepierte elendig. Huch. Grobmotorik wäre er, schlägt wieder zu. Uah. Ach, als hätte ich nie was anderes gemacht, oder? Als hätte ich nie was anders gemacht, als elendig zu krepieren. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich aufnehme. Nein. Shitty. Naja. Grob mal abschätzen, ne? Wie viele Level hat dieses Spiel eigentlich? Hätte ich mal nachgucken können, bevor ich hier wieder anfange. Ich weiß, wie viel noch ungefähr kommt. Bäh. Ach Mann. Och, das ist doch alles. Ach ja, ach ja, was soll's? Ach. Es ist auch immer eine Frage, wie lang man auf die Tasten drückt, ja? Je länger ich auf die Sprungtaste drücke, desto intensiver wird der Sprung. Das war jetzt zum Beispiel nicht intensiv genug, genauso wie bei dem Male davor. Bei dem Mal davor. Uah. Aber gut, was will man machen? Ups. Uah. Okay, kräftiger drücken. Das war wiederum zu kräftig. Tja, man muss da ein gewisses Feingefühl entwickeln. Wesentlich ist ich wahrscheinlich nur immer durch, aua, Zufall treffe. Aber die Wand habe ich schon relativ gut drauf. Relativ, ne? Relativ. So, jetzt aber. Komm, tschaka, tschaka. Och Mann, immer bei dem... Jetzt geht's aber los hier. Nicht mehr mehr die Wand hinkriechen. Tatsächlich nicht. Ich glaube, die ist vorbei, ne? Die Katze hat auch keine Lust mehr auf mich. Kann ich nachvollziehen. Hätte ich an ihrer Stelle auch nicht mehr. Lass mich endlich da rein. Geht doch. Yay, shiny Ketscher. Ich habe da wirklich was geleistet. Ich bin... beeindruckt. Das Crouching, das brauche ich nicht. Okay. Ach, du Schande. Was soll ich das denn machen? Ach so, ja, ja, doch. Jetzt weiß ich wieder. Ach so, das ist eine... Ach, du Schande. Nein, schlechte Idee. Warten, wie sie unten ist. Aber nicht schlecht, oder? Für den ersten Versuch? Fand ich es nicht schlecht. Ach. Ach, ja, ich springe voll rein. Das erspart uns alle Ärger und Mühen. Hui, direkt beim ersten Versuch. Es gibt bestimmt so Pros, die spielen das. Oder die direkt so geschickt sind, dass die das beim ersten Versuch hinbekommen. Und zwar so. Zack, zack. Bam, bam. Look at my skill. Nein. Spring doch, Katzi. Spring doch. Hä? Nein, hallo. Ach, die Katze will nicht so, wie ich wohl will. Mäh, mäh, mäh. Oh Mann, was soll das denn? Sie will wirklich nicht so, wie ich wohl will. Ja, ich hab's eben nicht mehr drauf, diese doofe Wand hochzulaufen. Mäh. Mit kleinen Wänden geht das irgendwie. Ich scheitere wirklich an dieser einen Wand. Wenn ich einfach da hochbringe. Nein, nein. Ne, scheinbar nicht. Ja, ich mag auch die Musik, um es nur noch wieder zu betonen. Und um die Zeit zu überbrücken, die ich mit meinem Gefäle. Och, es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss öfter auf Spring drücken. Ich drücke da auf Spring. Wenn wir wieder zum Spruch kommen, woran erkennt man einen Gamer? Oder wie war das nochmal? Was für ein Spruch war das? Ich hab doch gedrückt. Verdammte Scheiße. Hä? Ich hab doch gedrückt. Verdammte Scheiße. Ich komm echt nicht weiter. Plopp. Spring demonstrativ in das Sägeblatt. Aber wer baut sowas hier in so eine Hütte? Ganz ehrlich, wer baut sowas? Selbst für ein altes Sägewerk wird das... Nein! Kein Sinn! Machen! Uah! Ui, 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 ui. Okay. Oh, Leute! Kaum zu glauben, aber wahr. Glauben. Glauben, aber... Oh nein, nicht the cave. Das kann ich nicht. Springen muss ich. Verdammt. Ich muss ja gar nicht mehr lenken. Ich muss nur noch springen. Ach ja, und ich mach immer an die Decke. Ich mach an die Decke. Ja, wenn es bei mir nicht schnell genug geht, mach ich schon mal an die Decke. Nein! Nur noch aufspringen. Boah, ey, alter Verwalter! Mich juckt das und ich kann mich grad nicht kratzen. Boah, shit. Ja, genau. Ja, genau. Was für eine super Katze, die sowas kann. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, ich muss mich mal eben kratzen. Moment. Oh. Das mir geht nicht. Anders, ich muss mich kratzen. So. Weiter geht's. Ich muss kratzen. Kopfhörer. Ich muss mal unbedingt neue Kopfhörer kaufen. Ich hoffe, dass es wirklich nur der Kopfhörer ist. Aber ich geh mal davon aus, dass es nur der Kopfhörer ist. Ja, das war zu früh, ich weiß. Ja, ich muss mal eben hier mit dem Kopfhörern. Aber ich glaub, die sind wirklich im Arsch. Äh, entschuldigt bitte die Gossensprache. Sie sind kaputt. Ach, Madre de Mio. Das gibt's doch gar nicht. Hups, hups, hups. Hups, 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 hups. Oh. Halleluja. Ich hab das Licht nicht gesehen. Ach, du Scheiße. Krautschi. Ja, ich muss wieder krautschen. Krautschen, krautschen, krautschen. Spring, spring, krautschen, krautschen. Spring, spring. Ach, du Scheiße, ey. Entschuldigt bitte. Ja, war wieder springen, nicht krautschen. Okay. Krautschen. Spring, spring, krautschen, spring, spring, krautschen. Nein, nicht krautschen. Verdammt. Blöde Gewohnheit. Spring, spring, krautschen. Spring, spring, spring. Spring, 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 spring. Nein, ich war da so gut drin. Spring, spring, crouch, spring, spring, spring. Spring, 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 spring. Nein! Crouch, no... Crouchy, crouchy! Oh hallelujah, geschafft! Shiny catcher! Noch mal was, scheinbar. Ach Gott, hier nein. Ich kann auch oben lang. Ach, Schittie. Mist. Ach Manu, hier gibt doch nichts. Ach, Madre de Mio. Oh, ich bin schon. Sehr gut. Next Level. Welchem Level bin ich denn überhaupt? Na geiler Scheiß. Ja, wie soll ich denn... Ach du Kacke. Na das kann ja was geben. Ich bin immer noch zu früh. Boah. Crouchen, springen. Ah. Okay. Springen, ducken, springen, ducken. Ah. Springen. Zu spät. Springen, ducken, springen. Das gibt's nicht. Springen, ducken, springen. Verdammt. Springen. Springen, ducken, springen. Ach ey Leute. Das Level ist ja wohl... Ich will einfach nur weiterkommen. Nein, ich brauch doch gar nicht mehr ducken. Oh, zu früh. Zu spät, zu früh. Ich bin einfach so... Unruhig. Mann. Abstände sind halt immer anders. Das ist... Aber nur immer so geringfügig anders. Das ist total... Ja. Ich weiß, das wird euch bestimmt langweilig. Ich werde wahrscheinlich so gut wie keine Views auf diese Videos haben. Aber... Jedes Projekt wird beendet. Das gehört sich so. Deswegen muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen. Und... Dieses verdammte Spielspiel. Gibt's nicht. Ach, das gibt's nicht. Das ganze... Dieses ausgebremst werden. Ach man. Ich war schon zu weit. Aber das, was danach kommt, sieht auch nicht viel besser aus. Oh, shiny ketchup. Shiny ketchup for death. Ach...